Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Willkommen zum Finale meiner kleinen Videoreihe, die ich vor zwei Wochen begonnen habe. Ich hoffe, ihr habt genauso gute Laune mitgebracht wie ich zur Saisonfinale. Die Playoffs stehen vor der Tür. Und ja, wir haben jetzt hier zum Abschluss die Center. Auch eine Kategorie, auf die ich richtig Bock habe. Ich bin mal gespannt am Ende, auf was für eine Top 5 wir kommen werden. Bevor wir reingehen, Leute, lasst mir ein Abo da. Noch 300, dann haben wir die 70.000 hier auf dem Kanal geknackt. Das wäre auf jeden Fall geil, wenn wir das jetzt noch zu den Playoffs, ich will jetzt nicht sagen vor den Playoffs, aber zu den Playoffs einfach schaffen würden. Deswegen, falls euch meine Videos gefallen und mein Content generell, dann lasst mir doch gerne ein Abo da. Und dann gehen wir rein in eine vollgepackte Liste. Ich muss echt sagen, ich habe diesen Tiermaker lieben gelernt. Und ich glaube, wir werden hier auf dem Kanal das noch öfters machen. Vielleicht mit anderen Kategorien. Vielleicht kann man das sogar irgendwie auf die Playoffs anwenden. Jetzt gehen wir aber erstmal rein und starten mit Victor Vambanyama, den ich wahrscheinlich auch einfach provokativ aufs Thumbnail packen werde. Ich schiebe ihn einfach mal da hin. Oder soll ich ihn da hoch? Nein, okay. Bleiben wir entspannt. Ich schiebe ihn einfach mal in die Top 5. Wir können ja später dann schauen, ob er hier noch runterrutscht. So ein bisschen wie bei den Powerforwards. Da hat es auch einen Kandidaten gegeben. Falls ihr das wieder nicht gesehen haben solltet, schaut gerne rein. Der musste dann Ende raus aus den Top 5. Also ja, Bambi packe ich erstmal hier mit rein. Dann so Bonus All-Star-Level. Und zwar ganz, ganz vorne mit dabei eine unfassbare Saisongespiel-Double-Double-Maschine. Seine Hand-Offs für die Kings einfach unerlässlich sein. Rebounding. Deswegen All-Star-Tier. Ganz klar. Dann Nurkic. Boah, was hat Nurkic vor der Saison für Hate abbekommen? Also das wurde so schlecht geredet. Ich habe gesagt, ja, der Bosnian Beast hat natürlich auch seine Schwachpunkte. Aber das war noch echt eine starke Saison von ihm als Rollenspieler. Bei den Suns hochprozentig aus dem Feld getroffen. Offensiv. Die Bretter zerstört. Generell Rebound-technisch in dem ein oder anderen Spiel komplett eskaliert. Also ich glaube, da kann man sich wirklich nicht beschweren anstelle der Phoenix Suns. Er ist deswegen ein starker Rollenspieler. Dann würde ich sagen, Rudy Gobert. All-Star-Level. James Wiseman. Auch wenn er vielleicht das eine oder andere gar nicht so schlechtes Spiel mit dabei hatte. Na, I don't know. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht. James Wiseman. Es sind schon irgendwo Ansätze da. Aber glaube ich so wirklich an ihn? Ne. Genauso wie Jalen Durant. Ich bin ja eigentlich wirklich ein riesen Jalen Durant-Fan. Und mir gefällt auch das Zusammenspiel mit Kate Cunningham. Aber Jalen Durant muss echt defensiv. Also drei Schritte nach vorne machen. Deswegen, ich packe die beiden mal in diese unterste Kategorie. Machen wir weiter mit Hartenstein. Ja, strong Roleplayer. Also was der bei den Nix in der Saison gespielt hat. Vor allen Dingen auch sein Rebounding. Unglaublich wichtig. Wie er sich bewegt. Wie er seine Screens stellt. Richtig, richtig geile Saison von Isaiah Hartenstein. Ich glaube sogar Vertragsjahr, oder? Wenn ich mich nicht täusche. Ja, also und vor allen Dingen in der Abwesenheit. Wirklich von Mitchell Robinson da einen überragenden Job gemacht. Dann geht es weiter mit Larry Nance Jr. Der hat zwar jetzt nicht irgendwie mega viele Punkte. Aber Larry Nance Jr. ist so unglaublich wichtig. Weil wer die Pelicans-Spiele sich ansieht, der weiß auch, man startet mit Berlin Junis. Aber ganz, ganz oft closed man da mit Larry Nance Jr. auf der Fünfe. Weil Larry Nance Jr. einfach der bessere Verteidiger ist. Und der vor allen Dingen da nochmal mehr Spacing mitbringt. Deswegen hier muss man wieder so ein bisschen die Stats ausblenden und sagen, Larry Nance Jr. ist ein unfassbar starker Rollenspieler. Und deswegen, das ist genau die richtige Kategorie für ihn. Dann Towns natürlich All-Star-Level. Kevin Love würde ich sagen, good but not perfect. Ich glaube, ich mache in der Saison so viele Spiele wie in den letzten beiden Jahren zusammen. Aber der Dreier will irgendwie nicht mehr so richtig fallen. Und natürlich auch defensiv ist er unglaublich anfällig. Deswegen packe ich ihn hier mit rein. Maxi, defensiv sieht das Ganze schon wieder ganz gut aus. Offensiv, naja. Ich würde Maxi aber auf jeden Fall hier vor Kevin Love packen. Aber ja, strong Roleplayer. Da kann ich ihn nicht reinschieben, weil ich da jetzt zum Beispiel auch einen Gafford reinpacken werde. Und Gafford ist zum einen natürlich der perfekte Sidekick für Luka Doncic. Also ich meine, Gafford im Endeffekt muss nichts anderes machen, außer Lops fangen und dir Rim Protection geben. Ja, wir haben auch damals in der Maps-Analyse so ein bisschen die Punkte angesprochen, wo Gafford auch defensiv seine Schwachstellen hat. Aber so overall auf jeden Fall ein Top-Rollenspieler für die Maps. Dann Jalen Beats. Viele Spiele verpasst, trotz allem. Da mache ich jetzt heute mal kein Thema draus. Bei den Top-Ten-Playern werden wir ihn eventuell rauslassen, weil er einfach ja die halbe Saison verpasst hat. Und trotz allem, also Jalen Beats ist einfach ein Top-Five-Center. Genauso wie, wen kann man denn da noch reinpacken? AD. AD auf jeden Fall. Schiebe ich da auch schon mal rein in die Kategorie. Dann nehmen wir doch mal einen Rookie. Jackson Davis. Saugeile Saison. Guter Einstand bei den Warriors. Du könntest schon fast sagen, du packst den in die Kategorie Strong Roleplayer. Wobei ich ja Rookies auch immer ganz gerne da unten reingepackt habe. Aber ich bin bei ihm nicht bei nah. I don't know. Ich bin bei ihm schon so, hey, ich sehe, was du kannst. Wie du dich Off-Boy bewegst. Wie du deine Screens stellst und alles. Deswegen, komm, ich packe ihn mal hier auf die linke Seite bei. Good but not perfect. Auch wenn man ihn sicherlich, aber ich glaube, Rollenspiele haben wir noch sehr, sehr viele gute. Zum Beispiel ein Bobby Portis. Ja, kann man Bobby vielleicht sogar hier ganz an die linke Seite schieben. Wahrscheinlich schon, ja. Also Bobby Portis ist ein guter Verteidiger, sehr guter Verteidiger. Er trifft den Dreier hochprozentig. In manchen Matchups auch, ehrlicherweise, besser zu spielen als ein Rook Lopez. Ich weiß gar nicht, was wir mit Rook Lopez machen jetzt in der Saison. Also Rollenspieler starker auf jeden Fall. Aber er ist auch nicht mehr der Jüngste, ja. So, es ist alles nicht mehr irgendwie so on point, auch von der Defense her. Auch wenn er, man muss ihn ein klein wenig verteidigen. Für manche Dinge kann er einfach gar nichts dafür, ja. Ja, das war die letzten zwei, drei Jahre mit Drew Holiday, Grayson Allen und so weiter am Perimeter auch einfach ein bisschen leichter und anders zu verteidigen. Als jetzt mit einem Dame, Malik Beasley, Pat Connaughton, Jay Crowder. Ja, und trotz allem. Also die perfekte Saison für ihn ist es auf jeden Fall nicht. Dann Jokic. Ja, Top 5. Ich glaube, da muss ich jetzt nicht großartig irgendwas dazu sagen. Chad Holmgren. All-Star? Nein. Ich packe ihn mal hier rein, bei den starken Rollenspielern. Auf jeden Fall wesentlich stärker als jetzt ein Jackson Davis. Rollenspieler, unfassbare Saison gespielt. Sehr, sehr effizient, hat sich perfekt eingefügt. Großes Kompliment nochmal an Mark Dagnold und auch an Chad, wie sie das generell einfach gehandelt haben. Auch mit Kaysom Wallace und Isaiah Joe. Ich bin auch großer Fan davon, dass Mark Dagnold Coach of the Year werden sollte. Dann Derek Lively. Starker Rollenspieler. Würde ich mal hier so in die Mitte packen. Hat natürlich auch noch so... Achso, warte, jetzt muss ich aufpassen mit Gaffords. Weil er Rookie ist. Ja, okay, das ist Chad auch. Aber Chad und Derek Lively, ich glaube, das wisst ihr selber. Da ist schon ein krasser Qualitätsunterschied. Ich schiebe ihn mal hier auf die rechte Seite. Ja, gute Ansätze gezeigt. Glaube ich, ganz, ganz viel Potenzial. Ich denke, da können sich die Mavs in den nächsten Jahren auf jeden Fall über einen Spieler freuen, der sich da noch weiterentwickelt. Jared Allen, All-Star-Level. Schengen, All-Star-Level. Bam Adebayo. Top 5. Jo. Daniel Theis. Starker Rollenspieler für mich. Eher so in der hinteren Kategorie einzuordnen. Macht die Dinge, die man von ihm verlangt hat, sehr, sehr wenig. Den Ball in der Hand. Die Quoten aus dem Feld sind okay. Screens sind ganz, ganz wichtig für die Clippers. Hält den Ball am Laufen, wenn er reinkommt. Also auf jeden Fall kein negativer Faktor. Dann Miles Turner hatte schon mal stärkere, der hatte schon mal stärkere Jahre. Es ist jetzt keine schlechte Saison, aber von den Blockwerten auf jeden Fall gesunken. Ich glaube auch, die Dreier-Percentage ist nicht mehr so hoch. Ich schiebe ihn mal einfach hier in die Mitte. Weiß ich auch gar nicht, ob ich jetzt diese Kategorie so komplett einmal durchranke, aber ich schiebe es jetzt einfach mal so im ersten Moment, wie ich das fühle. Und denke, Porzingis All-Star-Level, haben wir noch jemanden fürs All-Star-Level? Boah, Draymond. Boah, Draymond ist spannend. Was macht man denn mit ihm? Naja, All-Star-Level ist es nicht. Also auch eigentlich starke Rollenspieler. Aber ich glaube, du kannst Chat schon da vorne lassen. Einfach auch mit der Rim-Protection und mit der Defense, die er den Thunder gegeben hat und mit den Quoten und so. Das passt schon. Und ich schiebe jetzt mal Draymond so einfach hier an die dritte Position. Vielleicht merke ich auch später dann, dass All-Star-Level ist zu nackig in Anführungsstrichen und schiebe vielleicht noch den einen oder anderen hoch. Okay, Clint Capella. Ja, Double-Double-Maschine. Bin aber mittlerweile nicht mehr der größte Fan von Clint Capella. Da würde ich mir wünschen, ganz ehrlich, würde ich mir einfach wünschen, dass man Onjeka Okongwu einfach mal dieses Vertrauen gibt, dass man Clint Capella einfach mal wegtradet. Okongwu hat so ein großes Potenzial. Schiebe ich jetzt mal hier unten rein in die Kategorie Good-But-Not-Perfect, weil Capella natürlich immer noch die besseren Zahlen auflegt. Aber ja, die Hawks sind einfach ready für den Umbruch. Es muss was passieren. Du musst dieses Team einfach mal auf den Kopf stellen. Ich sage auch, du musst Trae Young wegtraden. Da gehört einfach ein kompletter Umbruch her. Und auf der Position, ja, würde ich fast sagen, hat man das schon fast verpennt. Okay, dann machen wir weiter mit Valen Tunis. Zudem habe ich ja vorhin schon ein paar Worte verloren, als wir über Larry Nance Jr. gesprochen haben. Ich schiebe ihn mal hier rein bei Good-But-Not-Perfect. Ich mag Larry Nance Jr. tatsächlich lieber auf dem Feld als Valen Tunis, auch wenn er eine ordentliche Saison spielt für die Perrikans. Aber für mich ist einfach Larry Nance Jr. der bessere Spieler, der bessere Fit. Dann Paul Reed. Starke Rollenspieler. Mussten natürlich jetzt in der Zeit von Embiid in die Bresche springen. Hat das gar nicht schlecht gemacht. Macht. Trotz allem würde ich da jetzt auch nicht übertreiben und schiebe ihn mal hier unten rein bei Good-But-Not-Perfect. Dann Dominaten. Tatsächlich echt ordentlich Gas gegeben. Also nach seinem Spruch ist hier Mr. Dominaten. Oder was weiß ich, was er da damals gelabert hat. Echt keine schlechte zweite Saisonhälfte gespielt. Und alleine wegen den Zahlen muss man ihn hier mit reinpacken in die Kategorie starke Rollenspieler. Ich habe natürlich auch die Pläser jetzt nicht irgendwie Tag ein, Tag aus verfolgt. Die Zahlen sind auf jeden Fall ganz in Ordnung. Ich schiebe ihn jetzt mal hier irgendwo rein in die Mitte. Haben wir noch so einen Kandidaten? Ja, Vucevic. Boah, Vucevic bin ich halt auch nicht so ein Fan. Ja, auch den Dreier in der Saison. Ich glaube nicht mal mit 30 Prozent getroffen. Ein starker Rollenspieler. Er macht halt trotzdem immer noch seine 17 Punkte, glaube ich, im Schnitt. So Pi mal Daumen. Da kannst du ihn halt nicht hier unten rein. Da kannst du nicht sagen, Good-But-Not-Perfect. Aber eigentlich er ist gut, aber halt nicht perfekt. Irgendwie ist er so das Paradebeispiel. Komm, ich mache das jetzt einfach mal. Ist mir scheißegal, ob der 17, 18 Punkte im Schnitt auflegt. Es ist einfach, Vucevic ist Good-But-Not-Perfect. Er ist irgendwie da im Begriff für diese Kategorie. Bitace. Gute Saison für die Orlando Magic. Magic vor allem defensiv ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Auch Good-But-Not-Perfect. Hier so vielleicht in der Kategorie. Da würde ich dann Moe auch einfach mit reinschieben. Die beiden. Ja, bei der Magic. Defensiv. Alles tippitoppi. Von Jamal Mosley auch richtig geil gecoacht. Offensiv ist das teilweise schon sehr, sehr schwierig anzusehen. Da muss auf jeden Fall der Kader ein klein wenig umstrukturiert werden. Das definitiv. Und vom Coaching her muss Jamal Mosley auf jeden Fall dann auch nochmal irgendwie den ein oder anderen Kniff finden, damit das dann besser läuft. Wir haben noch Kevon Luni. Der in der Saison so wenigen Minuten wie, glaube ich, seit ein paar Jahren nicht bekommen hat. Hat aus seinen Starting-Five-Spots verloren. Ja, ist das nicht die geilste Saison von Kevon Luni? Nee, ehrlicherweise. Bin ich sogar ein größerer Fan von Jackson Davis aktuell als Kevon Luni? Ich glaube schon. Pack ihn mal hier in die Good-But-Not-Perfect-Kategorie. Dann haben wir Walker Kessler. Puh. Sah in der Saison überhaupt nicht mehr so stark aus wie in seinem Rookie-Jahr, wo wir ja alle auch von seiner Defense geschwärmt haben. Also da bin ich mal gespannt, wie es mit ihm weitergeht. Aber da ist auf jeden Fall kein Progress zu erkennen gewesen. Bleiben wir auch hier gleich vielleicht bei den Utah Jazz. John Collins hat keine schlechte Saison gespielt. Offensiv, defensiv, schwieriges Thema. Aber offensiv, die Zahlen haben auf jeden Fall mal wieder gepasst. War, glaube ich, mit seiner beste Saison seit 2... Wobei, wann war er so krass? 2018, 2019, glaube ich. Sowas in dem Dreh, als er noch bei den Hawks gespielt hat. Ja, ich glaube hier, so hinter Miles Turner ist so der richtige Spot für ihn. Dann haben wir noch Al Horford. Auch ordentliches... Ich meine, Al Horford ist mittlerweile 100 Jahre alt und trotz allem trifft er den Dreier hochprozentig. Killt irgendwie nicht das Spacing der Celtics und ist immer noch ein ordentlicher Verteidiger. Besonders in dem ein oder anderen Matchup ja komplett am Eskalieren. Den schiebe ich mal hier... Ja... Schwierig. Ne, ich glaube, ich hätte... Ich glaube auch, wenn die... Nein, 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 wenn du... Wenn die... Wenn die Celtics Larry Nance Jr. im Team hätten, anstatt Al Horford, das würde genauso gut funktionieren. Deswegen packe ich ihn da hin. Dann haben wir noch drei Spieler. Zach Collins. Tuffe Saison für ihn. Hat seinen Starting 5-Spot dann irgendwann auch mal verloren. Dann an der Seite von Victor Van Banyama das sogar, glaube ich, relativ zügig innerhalb der ersten ein, zwei Monate. Schiebe ich mal hier so in die Kategorie Good but not perfect. Dann hast du noch Subatz. Ordentliche Saison hochprozentig aus dem Feld getroffen. So generell, finde ich, macht er eigentlich einen ganz ordentlichen Job. Habe ich auf jeden Fall... Ja... Aiton ist jemand, der ist echt so schwierig für mich einzuhalten. Ich schiebe ihn da hin. Ja, Clexton ist auch so eine Double-Double-Maschine. Guter Rollman. Drift hochprozentig am Korb. Hat zwei Blocks im Schnitt. Ich glaube, ich muss noch den einen oder anderen... Das ist schon nicht schlecht, aber es ist halt irgendwie nicht so, dass ich sage... Naja, dann bist du aber vielleicht bei Daniel Theis zu hoch. Muss man Daniel Theis vielleicht hier runter schieben? Ich meine... Ja, doch, muss ich. Doch. Ich packe Daniel Theis hier unten rein in diese Kategorie. Clexton packe ich dann da mit rein. Derek Lively schiebe ich auch mal hier runter bei Good but not perfect. Ich meine, das ist ein Rookie. Der hat noch so viel Potenzial. Und vielleicht auch da nicht in der gleichen Kategorie zu sein mit Chad Holmgren. Ist vielleicht dann auch irgendwie ganz ansprechend. Clexton hat überhaupt keinen Wurf. Deswegen ist er da eigentlich mit Clint Capella ganz gut aufgehoben in der Kategorie. Und dann glaube ich, bin ich damit so einigermaßen zufriedener. Jo. Dann All-Star-Level. Ist ein Bonus für mich auf jeden Fall ganz weit vorne mit dabei. Dann Towns hat eine starke Saison gespielt, bevor er sich verletzt hat. Und Pozingis auch halt natürlich offensiv. Alleine durch seinen Wurf sehr, sehr stark. Post-Up-Game so stark wie wahrscheinlich noch nie in seiner Karriere. Schengen lasse ich mal da hinten rechts auf der Seite. Weil von allen noch irgendwie der Jüngste. Gobert defensiv natürlich auf einem ganz anderen Level jetzt als die. Jared Allen. Deswegen, ich würde sagen, so in der Reihenfolge passt das. Und dann kommen wir jetzt noch zu den Top 5. Da labere ich jetzt heute nicht groß rum. Jokic ist der beste Center in der NBA. Ich glaube, da gibt es irgendwie auch keine zwei Meinungen. Dahinter kommt für mich Embiid. Dann kommt für mich AD. Und jetzt glaube ich, werden die Heat-Fans vielleicht ein bisschen angefressen sein. Aber ich sage, Embiid ist jetzt schon besser als Bam. Embiid ist jetzt schon besser als Bam. Einfach, weil er eine ganz andere On-Ball-Shot-Creation hat als Bam Adebayo. Und bei Bam wartest du irgendwie seit Jahren darauf, dass es irgendwie vielleicht noch kommt. Bam ist so ein starker Verteidiger. Aber ja, das kannst du ihm auch überhaupt nicht wegnehmen. Aber was ist Embiid? Embiid ist jetzt in seinem ersten Jahr schon einfach ein absolutes defensives Monster. Und wenn man sich auch einfach die Zahlen anschaut seit dem All-Star-Break, dann ist Victor Van Banyama jetzt einfach schon in Top 5 Center. Und ich will da auch wirklich, ich will Sabonis nichts wegnehmen. Und ich will Towns nichts wegnehmen. Und Posingis, Bam Adebayo. Aber Vembi ist einfach der nächste große Shit in der NBA. Man muss das einfach ganz klar zu sagen. Und hey, ich weiß nicht, ob der Spot da oben so sicher ist über die nächsten 2-3 Jahre, wenn der Typ sich so weiterentwickelt. Also jetzt im ersten Jahr schon so aufzuzocken. Ist einfach überragend. Deswegen Jokic, Embiid, AD, Vembi und dann Gobert, Sabonis, Towns etc. Ja, Freunde, damit sind wir durch mit dem Positionsranking. Vielen, vielen Dank an alle, die mitdiskutiert haben für die ganzen Kommentare. Hat sehr viel Spaß gemacht. Das macht man vielleicht irgendwie einmal in der Saison. Also ich werde das jetzt auf jeden Fall die nächsten Wochen, Monate so schnell nicht nochmal machen, sondern vielleicht irgendwie wieder, ja, keine Ahnung, zu Weihnachten oder so, wenn halt einfach wieder eine gewisse Zeit vergangen ist. Für den Moment sind wir aber erstmal durch. Euch auf jeden Fall jetzt ganz viel Spaß beim Saisonfinale. Nicht vergessen, Björn und ich, wir kommentieren Magic gegen Bucks am Sonntag. Ich weiß gar nicht, wann ich das Video für euch rausballern werde. Deswegen einfach mal hier schon als Erwähnung. Und genau, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und natürlich auch gerne ein Abo. Und dann bis zum nächsten Mal. Top 10 Player kommt auch noch. Das war es von mir. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.